Heute ist der 5. Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende zu und heute gibt es auch das Depot-Update zum Monat November. Ja, hi Leute, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von BestInvest. Mein Name ist immer noch Stefan und heute gibt es ein wirklich spannendes Depot-Update für euch. Es wird relativ kurz gehalten sein, denn heute ist der 1. Dezember, an dem ich dieses Video hier aufnehme und ich fliege am 4. Dezember in den Urlaub und bin gerade etwas im Stress, auch wegen der ganzen Corona-Sache und so weiter. Es gibt sehr viel zu tun und deswegen eben diesmal nur ein kurzes Update, aber ich bin nach meinem Urlaub im Januar natürlich wieder voller Frische für euch da und dann wird es auch wieder längere Updates geben, das verspreche ich euch jetzt schon mal. Für alle, die neu hier auf dem Kanal sind, das hier ist ein Depot, das ich bereits seit 2014 aufgebaut habe, aber jetzt schon seit ca. einem Jahr ungefähr glaube ich nicht mehr bespare, also ein reines Buy-and-Hold-Depot, die Positionen bleiben in der Regel so wie sie sind und ich mache hier trotzdem monatlich ein Update dazu, um zu zeigen, wie sich das Depot entwickelt. Gleichzeitig baue ich hier auf dem Kanal gemeinsam mit euch ein weiteres Depot auf, zu dem es auch monatliche Updates gibt, also falls du das nicht verpassen willst, lass gerne schon mal ein Abo da und wenn dir das Video am Ende gefallen hat, dann gib dem Video gerne auch einen Daumen nach oben. Außerdem könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie der Monat November bei euch lief und was ihr gerade so für Favoriten habt an Aktien zum Kaufen oder auch Verkaufen. Im Hintergrund seht ihr auch schon das Depot, das habe ich diesmal gar nicht aktualisiert tatsächlich, das tut mir leid Leute, aber da es eher ein Buy-and-Hold-Depot ist, hat sich hier auch nicht so viel geändert von den Gewichtungen her. Ich verlinke euch hier oben nochmal die Vorstellung des Depots, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt auch direkt an, wie das Depot diesen Monat performt hat. Und hier sehen wir auch schon, wie das Depot performt hat. Wir haben im November ein Plus von 5,72% erzielt, was schon wirklich sehr, sehr stark ist für einen einzelnen Monat. In absoluten Beträgen war das ein Gewinn von fast 17.000 Euro in einem einzigen Monat. Also das ist schon wirklich einfach heftig und ich bin sehr happy darüber natürlich. Wir sind in den Monat gestartet mit einem Depotwert von 301.541,75 Euro und haben den Monat abgeschlossen mit einem Wert von 318.264,32 Euro. Da die Performance von einem einzelnen Monat natürlich nicht besonders aussagekräftig ist, wollen wir uns das Depot auch noch seit Jahresanfang anschauen, also wie es sich da entwickelt hat. Und das sieht noch viel besser aus Leute. Also wir haben hier wieder eine Performance von fast 30% erzielt, um genau zu sein, 29,27%. Und in absoluten Beträgen sind das fast 70.000 Euro, die wir hier an Kursgewinnen erzielt haben seit Jahresanfang. Das heißt, am Jahresanfang stand das Depot bei ungefähr 249.000 Euro und jetzt eben schon bei 318.000 Euro. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr krasse Entwicklung, wie ich finde. 70.000 Euro einfach mal Kursgewinne hier in 11 Monaten. Natürlich kann das nächsten Monat auch schon wieder deutlich zurückgehen, aber allein diese Größenordnungen finde ich einfach sehr, sehr interessant. Denn wenn man mal überlegt, wie lange man für 70.000 Euro arbeiten müsste, dann schaffen das die wenigsten wahrscheinlich in 11 Monaten irgendwie zu verdienen. Und deswegen ist es schon einfach mächtig, wie viel hier dieses Depot aus eigener Kraft quasi erwirtschaften kann. Und das finde ich einfach cool. Es beginnt wirklich Spaß zu machen und in Zukunft wird das Ganze natürlich noch viel cooler. Interessant ist natürlich auch, wie sich das Depot im Vergleich zu ausgewählten Indizes geschlagen hat. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gut hier diesen Monat, wenn wir uns das anschauen. Der Vergleich ist also auch wieder seit Jahresanfang. Das heißt, von 1.1. bis 30.11.2021. Und wir sehen es. Mein Depot hat im Vergleich zu den ausgewählten Benchmarks am besten performt mit 29,27%. Danach kommt der MSCI World mit 25,34%. Nasdaq 100 mit 25,2%. S&P 500 mit 21,59%. Dow Jones mit 12,67%. Und der DAX ist abgeschlagen mit 11,39% am Ende. Natürlich ist auch das wie alles in diesem Video hier nur eine Momentaufnahme. Das sah im Jahresverlauf auch schon mal ganz anders aus. Finde ich ganz interessant, wenn man hier Monat für Monat schaut, wie sich das entwickelt. Mal ist man ganz vorne, mal ganz hinten, mal irgendwo im Mittelfeld. Ich verlinke euch die Playlist mit den Depot-Updates mal hier oben. Dann könnt ihr da gerne auch nochmal nachschauen, falls euch das interessiert. So oder so ist eine Rendite von fast 30% auf Jahressicht wirklich enorm stark. Und liegt einfach deutlich über meine Zielrendite von 7-8% pro Jahr. Und auch die letzten Jahre liefen ja schon sehr, 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 sehr gut in meinem Depot. Also das ist wirklich irre. Und ich frage mich echt, wie lange das noch weitergehen kann. Welche Werte mein Depot vorangetrieben haben, das schauen wir uns jetzt an. Und wenn wir uns das nur mal für den Monat November anschauen, dann ist ganz, ganz klar, welcher Wert hier dieses Depot vorangetrieben hat diesen Monat. Und das war Apple mit einer Performance von fast 13%. Damit haben sie mir Kursgewinne in Höhe von 21.000 Euro gebracht, alleine im letzten Monat. Ansonsten war auch noch Union Pacific, Alphabet und Facebook im Grün. Und ihr seht es, der Rest war komplett rot. Also die allermeisten Werte aus meinem Depot haben letzten Monat an Wert verloren. Aber dadurch, dass Apple eben so hoch gewichtet ist, hat diese gute Performance von Apple das ganze Depot einfach massiv nach oben gezogen. Verlierer war mal wieder, muss man schon fast sagen, Fresenius diesen Monat. Dann Fiverr, Disney, Jungheinrich ist auch nicht gut gelaufen. Visa, Royal, Dachell, JP Morgan. Ihr seht es ja selbst, fast das ganze Depot in Rot. Aber dadurch, dass Apple eben so hoch gewichtet ist und wirklich so krass gut performt hat, habe ich trotzdem so einen hohen Gewinn hier in diesem Monat erzielen können. Hier dann noch die Übersicht für das Gesamtjahr. Und ihr seht es, hier ist das Ganze schon etwas ausgeglichener. Die meisten Werte sind in Grün, einige wenige auch in Rot. Und auch hier ist Apple einfach der Wert, der mir in absoluten Beträgen gesehen natürlich am meisten gebracht hat, nämlich mit über 44.000 Euro. Aber auch andere Werte sind sehr, sehr gut gelaufen, wie Alphabet, Bank of America, Target, JP Morgan, Chase, Cisco Systems, Netflix auch wieder gut gelaufen jetzt zum Ende hin. Und ja, ihr seht die Tabelle hier selbst, ich will gar nicht mehr groß viel dazu sagen. Denn ich werde jetzt mal in meinen Koffer packen gehen und mich dann auf den Urlaub freuen. Ihr wisst ja, das Depot ist nicht alles, Finanzen sind nicht alles, auch wenn es ein wichtiges Thema ist. Es ist auch wichtig, einfach mal abzuschalten und den ganzen Börsenstress zu vergessen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder hier am Start bei BestInvest. Und ja Leute, ich würde sagen, habt eine schöne Zeit, genießt die Weihnachtszeit und macht es gut und bis dann. Ciao!